Ja, wie ich ja gesagt habe, ich spiele jetzt noch eine Runde. Ich lade jetzt mal hier das Video hoch vom Kollegen Handy, weil bei mir der Speicherplatz wieder beschissen ist. Ich habe gesagt, ich spiele noch eine Runde. Wie gesagt, einmal hier, ist aber jetzt Buchungspause. Ja, hier machen wir jetzt gleich Magic Mirrors. Jetzt auch normale Pause, 20 Sekunden und hier ist gleich mal abgeht. Wir werden dann gleich wieder komplett filmen, so wie wir auch in dem ersten Video. Die Novus sind sowieso wieder vorgeladen. Das ist ja eine Pflicht bei mir. Das habe ich ja langweilig. Das ist mein Abo-Bunch, also meine Bücher. Schauen wir mal, ob jetzt hier irgendwie was kommt oder nicht. Dann geht es gleich los mit der zweiten Runde. Hier oben, Moneymaker beschlagten Abend wieder. Zweite Runde auch nichts gegeben hier an den scheiß Novo und Superstar. Ja, hier noch die Pause. Mit Buchungspause etc. Da hinten auch noch normale Pause. Hier die ganze Zeit schon Gestreue, aber die kommen auch nicht. Novo ist halt momentan so. Ich weiß auch nicht. Ich spiele natürlich immer zu 90 Prozent. Aber ja, weiß ich nicht. Ich kriege zwar Spiele, Spiele, aber laufen tun jetzt nicht mehr so prickelnd. Aber wir versuchen das Beste, um die beste Unterhaltung zu liefern. Das ist vielleicht ein bisschen Langeweile für euch, aber wir machen sowieso Buchungspausen. Und keine Ahnung. Deswegen. Auf einmal gucken, was hier so geht. Aber... Moneymaker versucht natürlich für euch wieder das Beste rauszuholen. Spielt fast eine ganze Konzession. Und ja, um halt das Bestmögliche für euch und eure Abo-Wünsche zu erzielen. Gibt es nochmal 100 Klein bitte? Gibt es nochmal 100 Klein bitte? Hab da gehört, 100 Klein nochmal und schon, ich glaube, 500-600 drin. Ja, alles für euch. Für seine Fans. Und ja, vergesst nicht. Daumen nach oben. Abonnieren. Kanal weiterempfehlen. Weiter geht's. Laden, laden, laden. Ja, soll ja auch Entertainment sein. Wie gesagt, ich will ja kein Laber. Sag dich nö. Einfach nur, dass die Leute, die mich abonniert haben, auch sehen, dass das so ist. Wie ich das jetzt rede. Mein Gott ey. Ja, kein kleiner Junge. Entweder mache ich das so, wie ich das sage, oder ich mache das nicht so. Wenn ich was verspreche, dann mache ich das auch. So, dann laden wir doch mal hier weiter. Na ja, wir müssen auch irgendwo. Wie gesagt, seit der Sauerstern, haben wir hier dann 50er. Und dann schauen wir mal weiter. Da sind zwei ja irgendwo da oben. Ja, wir brauchen noch eine. Ja, wir brauchen noch eine. Wir brauchen natürlich auch extra, jetzt auch die ganze Kondition, was ich sowieso meistens jeden Tag mache. Aber auch extra, dass mir da drin keiner auf den Senkel geht, dass ich quasi auch dann filmen kann. In Ruhe. Und ja, ich bin ja froh, dass die Aufsicht auch nichts sagt. Und ja, wir werden unsere Ruhe haben. Natürlich alles dann, klar, 80 Cent anfangen. Alles andere für mich persönlich lohnt sich. Dafür schmeiße ich auch zu viel rein. Und läuft natürlich auch nicht jeden Tag rosig. Aber irgendwo habe ich eigentlich immer ein gutes Ding dazwischen. Und ja, keine Ahnung, bei der Auswahl von Nachtgeräten, da wird irgendwas passieren. Schauen wir mal im Vergleich, wenn er alles geladen hat. Und dann geben wir Gummi. Dann fangen wir mal hier hin. Bier weiter. So, schauen wir mal. Haben wir wieder, oder? Ich höre nicht mal Geräusche, so von Küke, Küke oder irgendwas. Aber mal einer von Vier, er wird das auch machen können. Qua nah. Mal jetzt. Mal, wo der Käfer ist? Ja, ja früher normal. Ja, früher. Ah, erste Eröffnung. König, ja. Früher ein Garant bei den alten Programmen. Ja, ja, früher. Da muss schon die Verlängerung kommen. Puh, 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 die sind tot da drüben. Wo ist denn tot? Oh! Ja, die sind tot, hörst du, du brauchst die Hände zum Ticke. Ah. Kannst ja auch direkt live drin bleiben, ihr Sautamarschi, haben noch ein Buch und noch zwecks der Abo für den Schirm. Sind mir jetzt mal länger rum am besten. Ja, ein Vierer, denke ich mal. Doch, da noch raus. Schleiß. Kannst du laufen, lass dich mein Zeug auf 2 Euro, also 1,380 Cent. Und damit das nur gerade ist, weißt du? Let's go. So, das wäre mal ein Nachtzieher, wenn nicht schlecht. Vielleicht mal Mystery, bisschen Spielgeld. Wenn der cool drauf ist, kann sein, dass der so zwischen 80 und 100 Euro reingeht. Wenn der cool drauf sein ist, ist ja keine Sicht. Nicht mal ein Gewinn. Ja, schade. Das waren halt Euro-Spiegel, wäre nett gewesen. Ja, wir melden uns gleich, falls irgendwie Bücher oder andere Bücher rein. Das war auch ein bisschen schwach aus. Und holen wir hier auf. Dann 2,40. Ja, klar, direkt 2 eben. Schauen wir mal, vielleicht machen wir hier was. Vielleicht. Later, bye. 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 Bye.